Das Königreich Myrtana, wieder vereint durch die Handkönig Robas des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen. Aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Barrand, Vereiniger der Vierreiche am Myrtheid. Gefangener, ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Er spart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lass ihn in Ruhe. Mach, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu retten. Also, wie sieht's aus? Mahlzeit. Mein erstes Gothic 1 Let's Play ist mittlerweile fast zehn Jahre alt. Zeit für eine Neuauflage. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sicherer Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Alles klar. Dann sag mal, wo ich eine Waffe herkriege. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullitt und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird für eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klar zu machen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Okay, aber sah so aus, als würde der Typ auch zu euch gern. Wo ist dieser Bullitt jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Abwarten. Tja, und von meinem Auftrag ist die Frage, ob ich ihm davon erzählen sollte. Scheiß drauf, ich mach's einfach. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst vom Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron. Der Boss des alten Lagers. Der mächtigste Mann in der Kolonie. Ja, die ganzen Infos und so, die sind mir natürlich schon klar. Aber dieses Gespräch mit Diego am Anfang ist einfach so ikonisch. Und einer der, wenn nicht sogar die, äh, typischste Gothic-Szene auf Erden. Deswegen will ich einfach jeden Dialog sauber abklappern. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Thoros heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Alles klar. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Bis dann, ja. Und mit diesen legendären Worten. Jetzt nochmal wirklich ein herzliches Willkommen an alle. Wie gesagt, es ist fast zehn Jahre her. 2009 habe ich mein erstes Gothic-1-Desplay gemacht. Und seitdem gab es kein deutsches Gothic-1-Desplay mehr von mir. Und deswegen, wow. Latsch hier erstmal schön in die Barriere rein und verbrutzeln. Und deswegen wird es das wirklich höchste Eisenbahn. Das Ganze hier erneut in Angriff zu nehmen. Und, ähm, ja. Das Spiel habe ich ein bisschen aufpoliert, wie ihr seht. Grafik-technisch. Erstens natürlich der Renderer, ja. DirectX-11, realistische Schatten, realistische Beleuchtung, etc. Zweitens Vegetation. Und zwar ziemlich cool. Verteilte Vegetation, wie ihr seht. Dieses Gras passt meiner Meinung nach zu 100% zum Grafikstil des Spiels. Und da sind wir auch schon beim wichtigen Thema. Bei all den Mods, die ich installiert habe, war es mir wichtig. Nur Sachen zu nehmen, die original, die Grafik des Spiels, sprich die Farbstimmung einfangen. Weil es gibt einfach so viele, die dann irgendwie Gothic-2-Texturen und so reinbringen. Das passt meiner Meinung nach überhaupt nicht zu Gothic 1. Das zerstört die Farbstimmung des Spiels. Und die Texturen, die ich hier installiert habe. Das sind die Texturen der Reloaded-Mod. Aber der Rest ist nicht Reloaded-Mod. Zum Beispiel der Held, das Mesh vom Helden und so weiter ist nicht Reloaded-Mod. Aber sein Gesicht ist auch nicht das der Reloaded-Mod, aber dafür eine viel schärfere, hochauflösendere Variante. Kann man jetzt hier leider nicht so gut erkennen, aber viel hochauflösender, viel besser. So, die Leitern sehen auch viel cooler aus. Wie gesagt, Meshes und so sind nicht aus der Reloaded-Mod, aber Texturen. Weil die einfach wunderschön aussehen. So. Und eins zu eins. Die sind wie das Originalspiel, nur halt viel schärfer. Na, Ori. Alles fit im Schritt. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Klar. Ja, hab ich. Gut. Dann weißt du ja schon Bescheid. Hm. Ja, ja. Warum soll ich mich vor denen in Acht nehmen? Dies, das, bla bla bla. Wow. Wie man hier rumheulen kann am Anfang. Krass. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Alles klar. Ja, ähm. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ja, das ist die Frage. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Ey, dieser Sprecher ist einfach so geil. Das ist einer der ikonischsten Gothic-Sprecher. Und noch eine Sache zum Gras. In der Gothic Reloaded Month gibt es ja auch Gras, was cooler aussieht. Das Reloaded Month, Gras sieht cooler aus, muss ich zugeben. Es ist höher aufgelöst, feinere Struktur und so. Aber es ist nicht so cool verteilt wie dieses hier. Dieses hier ist, es gibt so einen Typen im Forum, der hat irgendwie seine eigene Version vom Renderer gebastelt. Und da ist dieses Gras mit drin. Ich habe es sonst nirgends gefunden. Ich verlinke euch das mal in der Beschreibung. Es ist einfach viel geiler verteilt. Ich werde an den entsprechenden Stellen darauf hinweisen, das wächst. An Stellen, an denen das Reloaded Month Gras nicht wächst. Ihr werdet später verstehen, was ich meine. So, jetzt heißt es erstmal ein paar Fleischschwanzen boxen. Ich liebe diesen Kick, Alter. Einer der geilsten Moves, die es gibt. Ey. Ja, ich weiß. So, zack. Ich schlage zwar so anderthalb Meter über ihr in die Luft, aber erledige sie damit. Nichtsdestotrotz. Hey. Jetzt reicht es mir hier. Wie ihr seht, die Textur von den Fleischschwanzen ist auch die Gothic 2 Fleischschwanztextur. Zumindest nicht direkt, es ist dieselbe Farbe. Ich glaube, die Textur ist nochmal eine neu erstellte. Das ist das Einzige, was farblich vom Originalspiel abweicht. Aber ansonsten grandios. Wie detailverliebt und detailgetreu die Farbstimmung des Originalspiels aufrechterhalten wurde. Nur halt alles in geil scharf. Zieht euch allein die Haare vom Helden rein. So in Dialogen, wenn die Kamera näher heranzoomt, kann man es geiler erkennen. Ein Traum, ein absoluter Traum. So. Wie kann es sein, dass ich schon zwölf Minuten spiele und noch kein einziges Mal gespeichert habe. Scheiße. Das hätte auch ins Auge gehen können. Zack. Das ist mein... Das Knarzen von der Truhe allein. So geil. So, meine erste Fackel. Und die werden wir hier auch brauchen, denn mit dem Renderer sind dunkle Stellen und die Nächte richtig dunkel. Das werdet ihr noch sehen. Zack. Eine Spitzhacke. Eines der ikonischsten Gegenstände. Einer der ikonischsten Gegenstände der Gothic-Serie. Gleich mal auf den Rücken schnallen. Das sieht einfach so cool aus. Auch die Textur von der Spitzhacke ist viel hochauflösender. Und bam. Schöne Lichtstrahlpracht. Schmeichelt meinem Auge. Ab über die Brücke. Der Typ hier wurde mit einem Schwert abgestochen. Und ich lieb's an Piranha-Arbeit-Spielen, wie alle Objekte realistisch platziert sind. Zum Beispiel Schwerter und so sind oft so platziert. Als ob hier jemand damit abgestochen wurde und so weiter. Zack, zack. Bam, bam. Hammer fix. Das erste Viech. Das einzige, was ich nicht so geil finde, ist, dass die... Äh... Dass das rohe Fleisch jetzt keine Keulen mehr sind, sondern dass es einfach so ein Fleischbatzen ist. Das mag vielleicht authentischer sein, ist mir aber scheißegal. Ich find die Keulen einfach geiler. Zwar gibt's die Keulen schon noch, aber das sind halt nur noch, wenn man Schinken... So, einfach Fleisch von Viechern ist nicht mehr die originale Keule. Das ist eigentlich so meine einzige Sache, die ich zu bemängeln hab. So, was geht denn da oben ab? Ja... Ja, wie auch immer. Kennt ihr die Typen, die sich durchs Spiel glitschen und dann hier rüber irgendwie in die Ork startet? Oder was ist da geil, oder was? Ich glaub, das Let's Player wird eher das Gegenteil von so einem Glitch Run, weil ich mit penibester Ausführlichkeit jeden Scheiß machen werde. Und jeden kleinen Quadratmillimeter, wie zum Beispiel den da drüben, hier erkunden werde. Dü, 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 was ist da eigentlich? Was ist mit diesem Felsbogen? War ich da schon mal drauf? Irgendwann bestimmt. Ich spiel's jetzt auch nicht gerade zum ersten Mal. Bam, alter, beinahe hätte ich mich runtergehauen. Aber nur beinahe. So, zack. Ich liebe dieses Knarzen. So, was haben wir hier? Leckeres. Nochmal eine Spitzhacke, was auch Sinn macht. Und der Typ hier auch wieder, Thema realistisch platzierte Leichen, wurde von einem Felsbrocken erschlagen. Seht ihr das? Und hier war wohl ein weiterer Eingang zur verlassenen Mine, die damals noch nicht verlassen war. Man kann sich ja sogar durch das Gitter in die Mine reinschieten und dann kann man irgendwie rumlaufen. Aber es ist halt total dunkel. Es gibt keine Lichtquellen, man erkennt nichts. So, zack. Als ich früher zum ersten Mal Gothic gespielt habe, habe ich den Bereich hier gar nicht gekannt. Ich bin jahrelang, wusste gar nicht, dass es den gibt, bis ich es irgendwann im Let's Play gesehen habe. So, zack. Mahlzeit. Der erste Skarvenger. Auch einer der Gothic-typischsten Viecher. Vor allem ihre legendären Schreie. Sind, äh, längst eingegangen. In sämtliche Mythen, die sich über die Spielerei ranken. Bam, bam. Maul-Rats sind einfach so geil, wenn sie abkratzen. So, danke für dein Fleisch. Jetzt werde ich mir bei gegebener Zeit über ein Feuer lecker zurecht brutzeln. So, sehr schön. So, sehr schön, Waldbären. Ich glaube, das Schwert, das ich trage, ist das Beste, was ich gerade haben kann, ja. Knüppel, der gibt Schaden 5. Lächerlich. Da gibt mein Schwert, der ist doppelt, der Mann. Dass ich nicht lache. So, sehr schön, Erzbröckchen, Becher. Und ansonsten habe ich hier auch schon alles abgesahnt. So, der Goblin sieht auch so aus, als er aber ein paar auf die Schnauze haben wollte. Der ist so geil, die Silhouette mit dem epischen Hintergrund, als wäre das so der Held nach einer Schlacht oder so. Guck mal, wie er da oben steht und jubelt. Dem wird es jubeln schnell vergehen, wenn ich erstmal meine Klinge zücke und ihm die Leviten lese. Komm schon. Trau dich. Ah, alles eine Frage des richtigen Timings. Hammerfix. Auch dein Knüppel gehört mir. Da unten ist noch ein weiterer Skarvenger dabei, sich am saftigen Gras, welches Dank der Mod nun endlich vorhanden ist, zu laben. Bam, sehr schön. Sehr, sehr schön. Eine weitere Sache an der Gothic Reloaded Mod ist halt auch das Mesh vom Helm, das neue. Es ist zwar cool, dass es detaillierter ist und so, aber ich mag diesen Zopf irgendwie nicht. Ich mag diesen alten kantigen Zopf lieber, anstatt diesen kleinen Stümmelzopf und auch die Hände. Es ist zwar cool, dass es detaillierte Finger gibt in Reloaded Mod, aber die originalen Fäuste, ich weiß nicht, ich mag diesen Look einfach lieber. Auch wenn es grob schlechtigere Grafik ist, ich finde es einfach geiler. Zack. Und zum Thema geiler, muss ich noch irgendwas sagen? Ich glaube eher weniger. Erstmal umschauen. Zack, zack. Ja. Herzlich willkommen im Freiluftknast. Herzlich willkommen in deinem neuen Zuhause. So, die Hochebene hier wäre erstmal gesäubert, sämtlicher Kram abgesahnt und dieser Zaun hier ist auch geil. Der ist einfach nur, dass es cooler aussieht, weil man kann hier an sämtlichen Stellen runterstürzen. Nur ausgerechnet hier ist die Gefahr besonders hoch oder was? Keine Ahnung, aber er sieht cool aus. Das ist ein optisches Element, was der ganzen Angelegenheit hier ein bisschen Schönheit hinzufügt. Ah ja, und die Pflanzen. Die Pflanzen sind auch neu. Und zwar auf so eine geile Weise neu. Diese Seraphis hier hat solch hochauflösende Texturen. Richtig geil. Also ich glaube, dass dieses blaue Zeug in der Seraphis eigentlich Blüten darstellen sollte. Ich will euch das mal aus der Nähe zeigen. Wohohoha, weil ich es einfach so zu schätzen weiß. Ich komme gerade leider nicht ran. Ich müsste mir das eigentlich in eine Fleischwanze verwandeln. Ach scheiße. Warte mal. Man erkennt das hier nicht. Aber ich kann es jetzt schon mal verraten. Die Blätter sind extrem hochauflösend. Aber das in der Mitte, was vielleicht im Original Blüten sein sollten, wurden jetzt ersetzt durch Heidelbeeren. Und zwar sind da überdimensionierte, riesige Heidelbeeren jetzt in Mitte dieser Pflanze. Und das sieht so cool aus, weil die so scharf sind. Richtig scharf. Scharf wie in einem 2019er Spiel. Ich hoffe, dass da unten wachsen ja noch ein paar Seraphis. Da werde ich es euch gleich mal ein bisschen genauer zeigen. Und das hier finde ich halt auch wunderschön. Dieser Scavenger durch die grasüberwucherte Fläche latscht. Die Bäume und dann der Schattenwurf der Bäume und alles. So, manchmal wandern die Schatten ziemlich flott. Das passiert in Gothic immer dann, wenn die Sonne um 12 Uhr ihre Position rasant wechselt. So, der Typ hier hat sich dazu entschieden, die Sache zu beenden. Oder aber, Gardisten haben hier einen Banditen vom neuen Lager aufgeschnappt und sich dazu entschlossen, den einfach mal am Baum zu knüpfen. Vorher natürlich noch, sein Kram inklusive seiner Rüstung an sich zu reißen. Zieh euch mal seine vermorderten Zehen rein. Da sind sie. Na? Und mein Gebiss ist auch von besonderer Pracht. Mahlzeit. Zack, zack. Und noch eine nach links. Feierabend. Ich weiß nicht, ob ich lang fackeln müsste wegen so einem Scavenger. Das war schon der nächste. Aber das Exempel, was ich an seinem Bruder statuiert habe, war diesem hier wohl nicht Abschreckung genug. Kein Problem. Ich erteile gerne Nachhilfe. Ich liebe das Pfeifen des Windes an dieser Stelle. Ist auch so ein klassischer Gothic-Sound. Wann immer ich den irgendwo anders hören, muss ich sofort an diese Stelle an den Pass denken. Und ich liebe den Fakt, dass Piranha-Balls genau diese Pfeifen an der Stelle in Gothic 2 auch wieder eingebaut haben. So, jetzt hier die Seraphis, Mann. Ja, man kann es leider immer noch nicht in dem Detail gerade erkennen, in dem ich es euch gerne zeigen wollte. Aber das sind wirklich Heidelbeeren da drin von äußerst hochauflösender Natur. Hier sind noch ein paar. Ach, die Waldbeeren hätte ich auch noch zeigen. Das sind nämlich Wald-Erdbeeren, die sie dafür verwendet haben. Keine normalen Erdbeeren. Nein, Wald-Erdbeeren. So. Als erstes, bevor ich mit den Typen labere. Ne, ich labere erst mit den Typen. Die Gardisten sagen, ich soll mich vor den Baditen aus dem neuen Lager in Acht nehmen. Naja, ich denke, ich sollte mir erstmal mein eigenes Bild von denen machen. Die Typen sehen der Rüstung nach nicht aus wie Leute aus dem Alten, also können sie nur aus dem Neuen sein. Hey, du. Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Uh. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß, wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Ich denke, du bist auch ein Jäger, Mann. Bis du nur hinterher rennt und ihn alles machen lässt, ja? Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher. Aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch. Bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Ja, und wo kriege ich die her? Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrek. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Wenn ich die richtigen Leute kenne, kriege ich überall billigere Preise. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Ah, ist das eigentlich eine eigene Quest? Ich weiß gar nicht. Äh, wieso? Verkaufst du die Karten nicht? Ja, komm. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Alles klar, ja, hier, erzähl mir über die Gebiete, die werde ich selber auch forschen. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Da hat er recht. Es ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Alles klar. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der Typ hier ein paar neue Infos zum Thema Jagen verzapfen kann. Und schön finde ich auch, wie tatsächlich das Spiel mit Bildern erzählt, was mit Worten gesagt wird. Er sagt, er kennt sich nicht so gut aus mit Jagd wie sein Kollege. Und er hat tatsächlich auch den kleineren Bogen aufgeschnallt, während sein Kollege mit einem richtig fetten Bogen aufwartet, weil er der Jagdexperte ist. So. Ihr Jagdtier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Ja, da oben haben wir eine Flasche Gammelbier gefunden. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Durchschrei. Durchschrei. Hier gibt es keinen doppelten Boden, kein Auffangnetz, kein Mega-Tutorial, wo irgendeine Schrift eingeblendet wird. Alles, was du wissen musst, wird dir über Dialoge gesagt. Und ja, pass einfach auf, dass dich nicht zuerst trifft. Da wird dem Spieler einfach schon klargemacht, hier gibt es keine Absicherung. Mann, du musst selber aufpassen. Also, jetzt bringen wir was bei. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Werde ich natürlich im Laufe des Spiels lernen. Wichtiger Skill, der eine Menge Kohle einbringt. Aber ganz ehrlich, sehe ich so aus, als hätte ich Lernpunkte. Ah, halt. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Ich habe hier noch einen Dialog. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Ernst damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Er sagt's. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie... Ja, du sagst es, Mann. Es ist wirklich so. Es ist geil, wie jede Spielmechanik hier einfach durch einen Dialog. Es braucht keine Nerven... Steck die scheiß Waffe weg. Es braucht keine Scheiß-Tutorial-Fenster oder sowas, Mann. Nur alles direkt. Und das ist halt auch so, wenn jemand zu faul ist, die ganzen Dialoge zu führen, selber schuld man. Dann hat er einfach keine Ahnung, was er machen muss, Mann. Gothic ist hart. Nehmt dich nicht an die Hand. Schmeißt dich einfach in den Teich und schlägt dir dann auch eine ins Gesicht. So, und ich liebe diese Textur hier. Ich liebe ja generell Erdrutschtexturen in Spielen. Witcher 1, Gothic 2 und jetzt auch Gothic 1 haben diese geilen Fototexturen von Erdrutschen. Lieb ich. Okay, und da hinten sind schon zwei Wachmänner vom Alten. Bam. Alter, wäre noch schöner, wenn ihr mir meine Erfahrung klauen würde. Soweit kommt es noch. Können da knicken. Zack und zack. Ich mache zur Vorsicht immer zwei selbst, weil mit dem Renderer... ...wird ein Save manchmal zerstört. Das kann man nicht mehr neu laden. Und wenn ich zwei mache, dann ist wenigstens eins in der Regel immer gut. So, da hinten grasen noch zwei Waldriska-Wenger. Jetzt werde ich mal die Tipps anwenden, die der Typ gesagt hat. Also zur Vorsicht schon mal mit erhobener Waffe dranstehen. Dann provozieren. Es ist so geil, was es verschiedene Reaktionsstufen gibt. Wenn man nicht zu nahe kommt, dann wird er nur neugierig und guckt in die Richtung von einem. Aber er greift nicht an. Wenn man dann zu nahe kommt, dann geht das Geröre los. Erzieher. Nein! Wehe, ihr klaut mir meine Erfahrungen. Dann gibt es Stress. Dann werde ich eines Tages wiederkehren, wenn ich stark genug bin. Und zack! Das war der erste ausgewachsene Skawenger, den ich jemals platt gemacht habe. So, erstmal ein paar leckere Bären reinziehen. Hier unten sehen wir es jetzt auch, diese Wald-Erdbärchen da, die sie da eingefügt haben. Steht ihr das? Steht ihr das? Seht ihr das unten? Weil die 3D-Objekte sich da unten auch noch drehen. Auch ein cooles Feature von Gothic 1. So, das hier ist der finstere Wald, den werde ich mir ja später vorwagen. Zunächst mal gilt's... Ja, Mann! Mein erster Stufenaufstieg. Sehr schön. Daraufhin erstmal nochmal eine Waldbäre. Ich will dieses ganze Waldbärzeug und so eigentlich... ...so schnell wie möglich wegfressen, solange das noch wirkt. Weil das geht ja ratzfatz. Ratzfatz ist immer auf dem Level, wo das eigentlich gar nichts mehr bringt. So. Jungs. Und ihr seid hier die geilen Typen, die die Ehre haben, die Brücke zu bewachen. Lass mich mal vorbei. Hey, es geht auch höflicher. Und das ist auch eines der geilen Features aus Gothic 1, die es in kaum einem anderen Spiel gibt. Leute nörgeln rum, wenn du ihnen im Weg stehst. So wie er gerade. Na? Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Hm. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht alleine in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Anzukommen. So geil. Sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Schnauze, Mann. Na, Glatzkopf. Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Dankeschön. Finde ich auch. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Lass mich vorbei. Ah, ich verstehe. Gleich mal nachschauen. Zack. Hier ist also das alte Lager. Okay. Jo, hier werde ich mich mal häuslich einrichten. Vielleicht haben sie ja noch eine Hütte frei. Oder eine andere Form des Unterschlupfes. Wie diesen hier. Das hier ist ein Versteck. Ach, scheiße, Mann. Die Flussströmung. Ein weiteres Feature von Gothic 1. Das hier ist ein Versteck, was viele nicht kennen. Darum zeige ich euch jetzt. Zack. Wenn er gegen die Strömung ankämpft, könnte er reintauchen. Ha, ha. Und auch hier drin das Gras. Richtig geil. Wie gesagt, es werden auch Stellen kommen, wo ich euch die Geilheit dieses Grases in Bezug darauf, wo es überall wächst, unter Beweis stellen werde. Aber ich finde, das sieht einfach so viel besser aus. Und es passt zu 100% zur Grafik. Weil die Farben einfach die richtigen sind. Es ist kein knallig grünes Gras. Es ist kein zu gelbes, kein zu braunes. Es ist genau richtig. So, diese Trockenheit und Verdörtheit von Gothic 1 wird damit unterstrichen. Okay. Ich habe es nicht nötig, über eure blöde Brücke zu latschen. Stattdessen knöpfe ich mir erstmal den Scavenga und die Mordorats vor. Und dann sehe ich zu, dass ich zum alten Lager komme. Mahlzeit. Klatsch, klatsch, klatsch. Kein Problem. Das geile an... Hallo, kann ich den Scheiß mal aufheben? Das geile an ausgewachsenen Scavengern ist natürlich, dass sie... Dass sie zwei Keulen geben. Und so gerade in gebratener Variante sind Keulen am Anfang eine nahrhafte Speise. Oh, drei. Aber... Zack. Ey. Klatsch. Klatsch. Zum Glück... Zum Glück sind Mordorats Arsch langsam. Und deswegen leichte Beute für meine geschärfte Klinge. Auch wenn ich hier mit einer ranzigen Rostklinge kämpfe. Scheißegal. So, und auch die Pilze. Sowas von scharf auflösend. Ich gebe mal kurz auf Vollbild und stelle höchste Qualität ein auf YouTube. Das müsst ihr euch einfach geben. Krass, oder? Echter geht's gar nicht. Am liebsten würde ich mit Cheats mit der freien Kamera noch näher hinfliegen. Um euch die gesamte Schönheit dieser Pilze unter Beweis zu stellen. So, ich kann nicht an diesem Scavengo vorbeilatschen. Ohne mich seiner auch noch zu entledigen. Hi. Au. Ha. Beinahe abgekratzt, aber nur beinahe. Irgendwie gibt's gerade einen Bug. Ich kann den Kram nicht aufheben. So, jetzt. Sehr schön. So, da ist es, alte Lager. Was ich mir auch schon überlegt habe, geil wäre, wenn der Graben hier mit Wasser gefüllt wäre. Aber es ist natürlich eine mega unebene Gegend, in der er steht. Dann müsste das halt alles ebener sein, ja. Dann. Geil, die alten Vogelstimmen sind auch hier da. Aber mein Lieblingsvogel habe ich noch gar nicht gehört. Der macht nämlich... Und auch eine Sache, die ich natürlich an Gothic 1 lieb, Fackeln anzünden. So, sehr schön. Und Fackel wegstecken geht auch. Und die Fackeln selbst. Neues Mesh. Hochauflösender. Echte Kohlenstücke, die da drin liegen. Seht ihr das? Ein Traum. Oh Mann, ey. Die Kamera flitzt da mal drüber, wenn ich zu nah rangehe. Das ist doch ein Traum. Seht ihr den kleinen Käfig, in dem die liegen? So, herzlich willkommen vor den Toren des alten Lagers. Nichts wie rein da. Zack, aber vorher erstmal nochmal ordentlich durchspeichern. Sehr schön. Hi Männer. Wo sollst du denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Klar, Mann. Den Dialog gibt es. Aber wenn ich schon den Diego-Bonus habe, will ich den natürlich auch ausspielen. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut. Du kannst reingehen. Geil. Geiler Typ. Okay. Hier sind sie, die Gardisten. Das alte Lager ist eine mächtige Festung, die durch Stabilität. Wenn du meinst, man muss eben auch. Und Brachialität beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Im Gegensatz zu diesem eher bescheiden aussehenden Fass, in welchem ich mich jedoch verkriechen kann. Naja gut. Wie auch immer. Das hier ist das Lager, wo ich Diego treffen soll. Das hier ist das Lager, dem ich mich anschließen könnte. Aber ich habe mich schon in meinen beiden vorhergegangenen Gothic-Einzelspläste im alten Lager angeschlossen. Wird mal Zeit für was Neues. Aber die Details werden wir in späteren Folgen besprechen. Jetzt heißt es erstmal ein Leben in meinem neuen Zuhause. Ein Leben im Freiluftknasten. Obgleich eine magische Barriere dieses Gebiet hier überspannt, habe ich nicht vor, den Rest meines Lebens hier zuzubringen. Und das werde ich natürlich nur verhindern können, wenn ich mich hier ordentlich ins Zeug lege. Wie auch immer. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen richtig geilen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.